Om Grinihi Surya Adityaha, Surya Moksha Mantra, Surya Dhyana Moksha Mantra, Erläuterungen zum Mantra Nummer 663 im Yoga Vidya Kirtan Heft. Om Grinihi Surya Adityaha ist ein wunderbares Mantra zur Anrufung von Surya der Sonnenenergie. Es gilt als Moksha Mantra, das heißt als ein Mantra, das zur Befreiung stammt. Dieses Surya Moksha Mantra stammt aus der Taitiriya Aranyaka und auch aus der Mahana Rayana Upanishad. Wird auch als Ashtakshara Surya Mantra bezeichnet, also das achtsilbige Surya Mantra. Es wird auch gesagt, dass es Teil der Surya Upanishad ist. Es wird auch gesagt, wenn man dieses Mantra regelmäßig wiederholt, dass man dann ein Brahmane wird und von allen Papas, von allen Sünden befreit wird von Krankheiten und Hässlichkeit. Bei Yoga Vidya stellen wir eine andere Wirkung dieses Mantras in den Vordergrund. Denn, so hat es uns mal Shri Kati Kean erläutert, ein Schüler von Same Vishnadevananda, die Sonne ist Mittelpunkt dieses Planetensystems und so hilft dieses Mantra auch, zu unserer inneren Mitte zu kommen. Der Atman, das höchste Selbst, ist unsere innere Mitte. Wenn wir das Surya Moksha Mantra rezitieren, finden wir Zugang zur inneren Mitte. Wenn du also mal das Gefühl hast, deine innere Mitte verloren zu haben, wenn du irgendwo deinen inneren Kern verloren hast, wenn du irgendwie das Gefühl hast, du bist außer dir, dann kannst du dieses Mantra wiederholen und du findest wieder zu deiner inneren Mitte, was auch Gelassenheit heißt, was auch Mut heißt und was natürlich auch heißt, ein gewisses Selbstvertrauen und Gottvertrauen. Om Grini Surya Aditya Ha ist die langsame Aussprechweise, die schnellere wäre Om. Om Grini Surya Aditya Ha, Om Grini Surya Aditya Ha. O Sonne, du strahlst und bist leuchtend, du führst mich zu deiner innersten Mitte, du bist strahlen und leuchten.